Ist es nur ein Tropfen auf den heißen Stein, wenn ich spare? Wenn es stimmt, dass Energie erhalten bleibt, wo ist sie denn hin? Was muss sich ändern, damit alles so bleibt, wie es ist? Reicht es noch, mit der Zeit zu gehen? Müssen wir ihr nicht vorausgehen? Hat auch die Zukunft eine Zukunft? Und sieht sie so aus? Wenn jeder nur für sich schaut, ist dann wirklich für alle gesorgt? Wie gehen wir aufeinander zu, wenn wir unterschiedliche Meinungen haben? Wie lernen wir zu verstehen, was uns verbindet? Wer sind wir? Und wer ist wie du? Wer ist für weniger ich und für mehr wir? Die Mitte. Wir halten die Schweiz zusammen.